In diesem Video zeige ich euch, was es mit if und else auf sich hat. Am Ende von diesem Video wollen wir sowas hier hinbekommen. Dein Name ist länger oder dein Name ist kürzer als mein Name. Wie geht das? Öffnet erst mal wieder die Konsole, was wir brauchen, sind zwei Namen, um die überhaupt erst mal vergleichen zu können, um festzustellen, ob der eine Name kürzer ist als der andere Name. Das heißt, wir machen uns jetzt erst mal Name 1, eine Variable, und nennen die Olli zum Beispiel. Und dann mache ich eine zweite Variable, Name 2, und nenne die anders. Jetzt haben wir zwei Variablen und um festzustellen, ob der eine Name länger ist als der andere oder kürzer, müssen wir die Länge der beiden Namen vergleichen. Wenn ihr euch erinnert, das hatten wir bereits im vorletzten Video, da hatte ich gezeigt, dass es sowas hier gibt, Punkt, Length. Und damit kann man die Anzahl der Zeichen in einem String auslesen. In diesem Fall sind das drei Zeichen, O-L-I. Und bei Name 2 sind es sechs Zeichen. Jetzt kennen wir also schon die Länge der einzelnen Namen. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch vergleichen. Und wenn ihr euch erinnert, vor einigen Videos hatten wir die sogenannten Vergleichsoperatoren. Und mit denen können wir das eine mit dem anderen vergleichen. Ist Name1.length kleiner als Name2.length? Ja, ist es. True. Auch diese True-False-Werte, diese Boolschen-Werte hatten wir in dem Video mit den Vergleichsoperatoren. Jetzt wissen wir also, wie man die Namen miteinander vergleicht, wie man herausfindet, welcher Name kürzer ist und welcher länger. In diesem Fall ist der erste Name kürzer als der zweite Name. Jetzt müssen wir das nur noch irgendwie verknüpfen, damit, dass so ein Dialogfenster ausgegeben wird, wie ich das eben gezeigt habe, dass, wo dann drinsteht, mein Name ist kürzer als dein Name. Wie kriegen wir das jetzt hin? Also wir wissen ja, das hatte ich ja auch im vorvorletzten Video, wie man ein Dialogfenster ausgibt. Man schreibt alert auf und dann ein String und dann irgendwie dein Name ist kürzer als mein Name. Das kriegen wir hin. Die Sache ist, dass wir das jetzt hiermit irgendwie koppeln müssen. Wenn das hier der Fall ist, dann soll das hier ausgegeben werden. Ich mach mal folgendes. Wenn oder falls heißt im Englischen if, ich übersetze das mal ins Englische. If das hier der Fall ist, ich setze das mal in runde Klammern, dann soll das hier ausgeführt werden. Bis dahin funktioniert, es kommt kein Fehler und gar nichts und das Dialogfenster erscheint. Jetzt testen wir das mal und ich drehe hier mal die Anweisung um. Wenn Name 1 länger ist als Name 2, dann soll das ausgeführt werden und Name 1 ist ja kürzer als Name 2. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Nichts. Es wird nicht ausgeführt. Also, um das hier mal aufzuklären. Das, was ich gerade gemacht habe, ist das einfach ins Englische zu übersetzen und genau das gibt es nämlich als Code-Konstrukt, als Kontrollstruktur und heißt if und else, offenmals auch if, then else oder conditional statement, bedingte Anweisung oder bedingte Aussage. Und wie das funktioniert, ist folgendermaßen, man hat ein if, danach kommt in Klammern eine Bedingung, die wahr oder falsch ist und wenn sie wahr ist, wird der erste Code ausgeführt. Ansonsten springt das in den else-Bereich, falls einer angegeben ist und dann wird der Code dort ausgeführt. Jetzt ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich weder irgendwelche geschweiften Klammern noch so ein else geschrieben habe und dort irgendeinen Code, man muss kein else-Teil angeben, das ist optional und die geschweiften Klammern kann man weglassen, wenn man nur eine einzelne Anweisung ausführen möchte. Und genau das war ja eben der Fall, ich wollte ja dieses Dialogfenster, also ich wollte ja erst mal testen, ob es funktioniert und dieses Dialogfenster nur anzeigen, wenn der Name kürzer ist als der andere Name. Wenn man mehrere Anweisungen hat, dann muss man geschweifte Klammern nehmen, damit man halt sagt, hier diese ganzen Anweisungen sollen ausgeführt werden, wenn diese Bedingung wahr ist. Ansonsten weiß das Programm, das unseren Code verarbeitet, ja nicht, welche Anweisungen dazugehören und welche nicht, deswegen umklammert man die mit diesen umschweiften Klammern. Wie ich eben schon gezeigt habe, kann man ein else-Teil angeben und auch da kann man die geschweiften Klammern weglassen, wenn man nur eine einzelne Anweisung ausführen möchte, aber muss sie wieder angeben, wenn man mehrere Anweisungen hat. An sich sollte man eigentlich immer diese geschweiften Klammern machen, dadurch hat man Konsistenz und dadurch kommt man nicht durcheinander und man umklammert immer schön die Anweisungen, die bedingt sind. Mit dem Wissen können wir jetzt das Ziel des Videos erreichen, nämlich, wir wissen jetzt, also es ist besser, das in geschweifte Klammern zu setzen und man kann ein else jetzt angeben und dort können wir dann reinschreiben, dein Name ist länger als mein Name. Und das hier vorne noch umdrehen und jetzt zeigt er an, dein Name ist kürzer als mein Name und wenn ich jetzt Name1 stattdessen auf einen langen Namen setzen würde und dasselbe nochmal ausführen würde, dann zeigt er an, dein Name ist länger als mein Name. Dadurch haben wir jetzt das Ziel des Videos erreicht, wir gucken uns nochmal an, was da im Inneren genau vor sich gegangen ist. So sah das aus. If Name1.length kleiner als Name2.length, dann das eine, ansonsten das andere. Name1 und Name2 sind natürlich Variablen, die für Strings stehen, das heißt, es wird aufgelöst und geguckt, was sind das für Strings. Und von diesen Strings wird die Länge ausgelesen, diese lengthProperty und die Länge ist 3 beziehungsweise 6 Zeichen. Und zwischen 3 und 6 steht dieser Vergleichsoperator, das heißt, es wird geguckt, ist 3 kleiner als 6? Ja, das ist der Fall. True. Und sobald wir da angekommen sind, wissen wir, wo wir hinspringen müssen, nämlich in den ersten Code-Teil. Und deswegen wird in dem Fall, mein Name ist kürzer als dein Name ausgegeben. Wenn wir dasselbe haben, aber den Vergleichsoperator umdrehen oder zum Beispiel, was ich eben gemacht habe, Name1 auf einen anderen, längeren Wert setzen, dann läuft das Ganze genauso ab wie eben, aber es resultiert natürlich in einem False, weil die Ausgangslage umgedreht ist. Und wenn das der Fall ist, wenn die Bedingung falsch ist, dann springt er in den zweiten Teil, in den else-Teil und gibt dann aus, mein Name ist länger als deiner. Das hatten wir ja eben auch. Jetzt können wir damit rumspielen. Jetzt können wir zum Beispiel machen, if 4 gleich 5, alert a, ansonsten alert b. Und dann kommt natürlich b raus, weil 4 nicht 5 ist. Wir können das auch mal ganz generisch hier testen. If true a, if false b. Dann wird das dann auch nochmal offensichtlich, wie das funktioniert. Man kann das übrigens auch verschachteln. Ich mache mal hier zwei Variablen. Eine Variable language lang mit de und eine Variable, die ich gender nenne und da schreibe ich mal m rein. Und dann können wir sagen, if language ist de, also deutsch, dann if gender ist m, dann soll der ausgeben, hallo der Herr. Und ansonsten, jetzt könnte man noch weitere Abstufungen machen, aber ich lasse das mal und gehe mal von zwei Geschlechtern aus und dann kann ich hier schreiben, hallo die Frau. Und ansonsten, hier könnte ich dann zum Beispiel else if machen, else if language ist en, dann if gender ist m, male, dann soll der hello sir ausgeben und ansonsten, hello ma'am. So. Und der gibt jetzt aus, hallo der Herr. Und wenn ich gender auf f setze zum Beispiel und das Ganze normal ausführe, dann hallo die Frau. Und wenn ich language auf en setze, dann gibt er hello ma'am aus. Und wenn ich jetzt die language auf irgendwas anderes setze, dann gibt er gar nichts aus, weil die Sprache nicht unterstützt ist. Und dann könnten wir natürlich irgendwie noch sowas hinzufügen, else language isn't supported oder was auch immer. Und dann gibt er aus language isn't supported. Das heißt, so funktionieren diese if, else Konstrukte und ihr seht, wie sinnvoll das ist und die werden überall eingesetzt. Also sie sind wirklich extrem wichtig, deswegen sollte man die kennen, definitiv, wenn man irgendwie programmiert. Jetzt habe ich noch eine Sache. Wir haben eine Zahl, variable number, die auf irgendeiner beliebigen Zahl steht. irgendwie 90 oder 901 oder was auch immer. Und jetzt möchte ich, dass ein Dialogfeld erscheint, das aussagt, ob diese Zahl gerade oder ungerade ist. Wie können wir das machen? Denkt einmal drüber nach, pausiert ruhig dieses Video und überlegt mal, wie man das machen kann. Es gibt eine Möglichkeit, das herauszufinden mit den Mitteln, die ich bisher in den Videos hier gezeigt habe. Das heißt, ihr könnt eine Lösung finden. Ansonsten zeige ich jetzt, wie es geht. Pausiert nochmal schnell dieses Video, wenn ihr nochmal überlegen wollt. Okay. Alles so. So. Herauskommen soll ja offensichtlich sowas hier. Wenn irgendwas dann alert die Zahl number ist ungerade oder halt… oder die Zahl ist gerade. Das Problem ist die Bedingung. Das ist der kritische Punkt. Wie finden wir heraus, ob eine Zahl gerade ist oder nicht? Wir wissen, dass gerade Zahlen durch 2 teilbar sind. Wenn wir uns das mal hier angucken. 2 durch 2, 4 durch 2, 6 durch 2, 8 durch 2. Das sind immer alles schöne, glatte Ganzzahlen. Die sind teilbar. Wenn wir uns mal die ungeraden Zahlen ansehen. 1 durch 2, 3 durch 2, 5 durch 2, 7 durch 2. Die sind halt nicht teilbar. Das heißt, wie können wir diese Zahlen von denen hier unterscheiden? Denn teilen reicht nicht als Bedingung. Wenn ich hier irgendwie, if 4 durch 2 alert a, else alert b mache, kommt a raus. Dasselbe kommt aber auch, wenn ich eine ungerade Zahl nehme. Das heißt, teilen allein reicht nicht. Was wir hier aber feststellen, wenn wir uns die Zahlen angucken, die wir hier durch 2 geteilt haben. Die geraden Zahlen sind halt alle glatte, schöne Ganzzahlen und die ungeraden Zahlen sind Kommazahlen. Was wir also jetzt hier versuchen können, ist festzustellen, ob das Ergebnis von Zahl durch 2 ein Komma enthält. Denn dann ist die Zahl offensichtlich ungerade. Wie kriegen wir das hin? Die Sache ist, wenn wir auf einzelne Zeichen zugreifen wollen und das Komma ist ja ein Zeichen, dann können wir nicht bei Zahlen bleiben. Zeichen sind die Domäne von Strings. Zahlen drücken einfach nur Werte aus, Zahlenwerte. Was wir also tun können, ist die Zahl zu einem String zu machen. Wie funktioniert das? Wir nehmen einfach ein String, einen leeren String und fügen dazu die Zahl hinzu. Also zum Beispiel 2 durch 2 oder 3 durch 2. Man sieht, dass hier das Ergebnis tatsächlich ein String ist. Das hatte ich ja im letzten Video vorgestellt und da war das ein Problem. Da hat 5 plus 4 54 ergeben, obwohl es eigentlich 9 ergeben sollte. Aber hier können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Wie stellen wir jetzt fest, ob in diesem String ein Komma enthalten ist? Da müssen wir auf einzelne Zeichen zugreifen und wie das funktioniert, habe ich euch im vorletzten Video gezeigt. Ich klammere das mal in runde Klammern und dann nehme ich eckige Klammern. Und wenn ich hier eine 0 in die eckige Klammer schreibe, können wir auf das erste Zeichen zugreifen. Wenn ich eine 1 in die eckige Klammer schreibe, können wir auf das Komma zugreifen. Das heißt, jetzt kann ich gucken, ob das Zeichen an der Stelle 1, also das zweite Zeichen, ein Komma ist, ein Punkt. Ja ist es. True. Das heißt, das könnten wir jetzt als Bedingung verwenden. Probieren wir das mal mit unserer Number. Und da kommt False raus. Was ist da jetzt los? Wenn ich mir nur mal angucke, was das zweite Zeichen hier bei Number durch 2 ist, kommt 5 raus und kein Komma. Was ist da passiert? Die Sache ist, dass unsere Zahl 901 ist und das durch 2 geteilt ergibt natürlich eine lange Zahl, wo das Komma erst an der vierten Position ist. Das heißt, da müssten wir den Index 3 verwenden, um das Komma zu erwischen. Das heißt, wie sollen wir das machen? Sollen wir gucken, ob die Zahl durch 2 über 10 kommt und dann gehen wir auf den Index 2, weil das Komma dann an Index 2 ist und wenn das über 100 kommt, gehen wir an Index 3 und so weiter. Also quasi so, if Number durch 2 größer 10, dann if Number durch 2 als String 2 und so weiter und so fort. Das ist alles ziemlich unhandlich. Und wie weit wollten wir das fortführen? Bis zur Million oder wohin? Das ist nicht so eine gute Lösung. Ein anderer Ansatzpunkt wäre, das Ganze aus einer anderen Richtung mal zu sehen. Egal, wie hoch die Zahl ist, wenn sie ungerade ist, endet sie immer auf Punkt 5. Das heißt, von hinten gesehen ist es immer an der zweiten Stelle. Aber wie kriegen wir das hin? Können wir hier irgendwie Minuszahlen eingeben? Nein, können wir nicht. Was wir machen können, ist, die Länge auszulesen und von dieser Länge 2 abzuziehen. Dann landen wir immer an der Stelle, an der bei einer ungeraden Zahl das Komma sein müsste. Egal, wie hoch die Zahl ist. Und das können wir als Bedingung nehmen. If das hier, dann alert die Zahl Number ist ungerade. Achso, ich muss natürlich hier dann noch gleich Komma hinzufügen, damit wir überprüfen, ob an dieser Stelle das ein Komma ist. Dann ist die Zahl ungerade. Ansonsten heißt es, dass die Zahl gerade ist. Und heraus kommt, die Zahl 901 ist ungerade. Wenn wir eine andere Zahl nehmen, zum Beispiel 1200, dann kommt heraus, die Zahl 1200 ist gerade. Wir können sogar in Minuszahlen vordringen. Minus 200 ist ebenfalls gerade. Minus 201 ist ungerade. Das heißt, das ist eine Lösung, die tatsächlich ganz gut funktioniert. Das Problem ist, sie ist wahnsinnig kompliziert. Und man kann das nicht überall nehmen, wo man überprüfen muss, wo man sowas Einfaches überprüfen muss, wie ob eine Zahl gerade ist oder nicht. Es muss eine einfache Lösung geben. Und die gibt es. Und die zeige ich euch im nächsten Video. Um das zu sehen, klickt hier in die Mitte in das große Feld. Oder, falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, zum Beispiel bei css3-html5.de, bleibt einfach dran. 1 2 3